Wie war es denn? Ja, endlich. Es war hart zu werken. Vor allem am Ende. Es war immer noch schwierig. Die letzte Wettbewerb, Sparta verloren, gleich Feyenoord. Es hat alles gekonnt, aber es war echt ein schwieriges Ende. Wie hat es jetzt geschafft? Nicht ganz aus eigener Kraft. Deshalb war ich auch direkt nach dem Spiel nicht ganz so glücklich. Wir wollten unbedingt hier gewinnen. Um gar nicht zu schauen, was passiert auf anderen Plätzen. Es war zeker ein Feest. Wir waren helemaal glücklich. Iedereen hat er hart für gewerkt. Natürlich, die letzte Wettbewerb sind das Zwaarste. Ich verwende die Jungs auch nichts. Wir haben ein sehr schweres Jahr achter der Rücken. Wir sind sehr früh begonnen. Und ja, es ist endlich doch ein schön Ende. Es war ein sehr tolles Feest. Volgens mich ist noch ein Drink für die Jungs in der Bus. Und ich denke, wir werden es noch mit einem gewöhnlichen Abend machen. Wir haben es ins Ziel gebracht. Und deshalb war es eine sehr intensive Saison. Ich bin auch müde. Ich bin kaputt von der Saison, wie alle anderen auch. Aber es war eine sehr gute Saison. Und dann ist es auch Europäische. Und das ist es zu kommen. Das ist eine große Frage. Wie geht es mit Vitesse Europa 1? Ja, das ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Ich habe noch ein Jahr contract. Wie es jetzt aussieht, geht es sicherlich. Maak-Navien Software und ein Minute. Vielen Dank.